Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir und zwar ist das jetzt hier mein 50 Abonnenten Special, ja kommt hin, kommt jetzt schon fast bei den 60 Abonnenten, aber ist ja auch relativ, denke ich mir mal. Und ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich, was ist das für eine hässliche Wand hier vorne. Das ist ganz einfach, das ist die Tür von meinem Zimmer. Gehen wir jetzt mal rein. Es ist jetzt nicht wirklich groß, das war es auch schon, aber ich habe mir gedacht, ich zeige euch trotzdem mal so ein kleines bisschen, was hier so alles rumsteht. Fangen wir einfach mal hier drüben in der Ecke an, das ist einmal mein Bett, halt so ein Bett halt. Hier ein schönes Audi-Bild, sehr schön TT, mein Lieblingsauto übrigens. Hier so Steckdose, ganz tricky ist das. Ich gucke mal, ob ich das kurz zeigen kann. Das ist hier ein Stecker, woran man zwei Stecker stecken kann. So, und jetzt muss ich es irgendwie wieder reinbringen. Ah, scheiße. Ich kriege es nicht hin. Euer Ernst? Das ist noch ein Stecker. Ah, Geduld. Und schon klappt alles wieder. Sehr schön. Das hat jetzt ein bisschen lang gedauert. So, hier drüben wieder Audi. Das hat mir meine Freundin gebastelt zum Geburtstag. Sehr geil. Finde ich echt mega Hammer. Hier vorne nochmal ein Audi. TT, schön in rot. Ist echt herrlich, aber hat auch was. Autofokus for the win. Musikanlage, keine Ahnung, hat ja bestimmt auch jeder. Das sieht man jetzt, glaube ich, gar nicht. Jetzt sieht man es. Hier hinter ist so Stecker, da kann ich das so mit einem draußen und so klack, klack. Spiele. Wer gucken will, kann einfach anhalten. Ich weiß nicht, ob man das hier so gut erkennt. Ne, ich glaube nicht. Ich gucke mal, dass ich das scharf kriege. So vielleicht. So, die Größen erkennt man aber. FIFA funktioniert leider nicht mehr, weil ich das anscheinend zu oft installiert habe. So, das war das alles. Was haben wir hier? So Klamotten und so halt. Wie das halt immer so ist. Auf so Stühlen fliegen Klamotten rum. Dann hier. Bildschirme, PC, Boxen. Sehr geile Boxen übrigens. Da komme ich auch gleich nochmal zu. Da unten natürlich der PC. Da kann ich einfach mit dem Stuhl beiseite ziehen. Da setze ich mich mal ein. Da unten. Lüftung. Ganz viel Kabelgewirr. Kann man schon auch nicht erkennen. Egal. Hier halt Bildschirm. Ich weiß nicht, ob das jetzt angeht. Da ist der zweite Bildschirm. Und das ist das Problem, worum es immer geht. Wenn ich sage, diese scheiß Bildschirmhelligkeit geht mir übertrieben auf den Sack. Da, wenn ich dann mit der Maus hingehen würde. Ihr seht es jetzt vielleicht. Oder ich sehe die Maus gar nicht. Die geht da hinterher. Das heißt, das ist wirklich die oberste Ebene. Und das ist hin und wieder schon ganz nervig. Manchmal kommt da auch irgendwas anderes. Und ich muss immer hier unten auf den Knopf drücken. Ich weiß nicht, ob sie mir jetzt glaube ich gar nicht. Und dann geht es auch noch manchmal nicht weg. Ah, jetzt sieht man es. Dann geht es halt immer noch nicht weg, wie man jetzt aussieht. Da ist jetzt der Hauptbildschirm hier. Da ist eigentlich so alles drauf. Und so, da ziehe ich nur immer Sachen rüber, wenn ich irgendwas bearbeite. Hier ist so eine kleine Ablagfläche noch. Die besten Chips, die es überhaupt gibt. Warte, ich hole mal. Die packen nach vorne. Die besten Chips, die es gibt. Also, kann ich nur empfehlen. So, Cheeseburger Chips. Aus Frankreich. Ich weiß gar nicht, ob es die hier gibt. Dann, was haben wir hier noch? So, keine Ahnung, Notizsachen liegen da. Da sind Kopfschmerztabletten und Taschentücher. Dann auch nochmal Medikamente. Und hier so ganz viele Schubladen. Da oben ist der Handy-Kram drin. Da drunter sind so ein paar Reparatursachen drin. Da sind so ein paar Maus- und Computerteile drin. Da weiß ich gar nicht, was da drin ist. Ah, Speicherkarten. Hier unten weiß ich es auch nicht. Rechnungen. Und daneben nochmal ein paar Bürosachen. Deo ist, denke ich mal, klar. Was haben wir hier? Hier haben wir noch so komische Controller. Funktioniert für fast kein Spiel, außer für FIFA, die funktioniert. Und für NBA, glaube ich, auch. Daneben Kopfhörer von Sony. Oh Gott, jetzt muss ich das erstmal einstellen hier. Hier unten haben wir so Kabel. Das ist auch mal eine lustige Geschichte zu dem Kabel hier. Ich hole das mal kurz raus. Wenn ihr da schön mal vielleicht mal scharf stellt. Ja. Und zwar, als ich den neuen Bildschirm gekriegt habe, kam so das Paket an. Und ich packe es nach und nach aus. Und das erste Kabel, was ich auspacke, ist das hier. Und ich denke mir, what the fuck. Soll ich dann mit dem scheiß Kabel den Bildschirm irgendwie mit dem Strom dran kriegen. Zum Glück gab es dann noch ein anderes Kabel dabei. Das war dann zum Glück kein Problem. Das ist meine Maus hier. Kann ich euch gleich auch nochmal so zeigen, wenn ihr den schon gesehen habt. Karton hier von meinem Headset. Eigentlich auch ganz geil. Dann mein Mainboard. Meine ich zumindest irgendwie so. Das Prozessor Mainboard. Mainboard, ja. Meine Tastatur. Also die war echt günstig, die Tastatur. Ich weiß nicht, steht da vielleicht da drauf? Ne, steht nicht. Puh, steht auch keine Adresse. Glück gehabt. Hier noch so Anleitung von Bildschirm, keine Ahnung. Hier unten noch ein paar Playstation-Spiele. Hier. Hier ist noch ein Camcorder. Dann sind hier noch so ein paar andere Kartons, aber eigentlich nichts mehr Wichtiges. Das ist die Playstation 2. Die habe ich mir in Frankreich gekauft für den Zwani mit den ganzen Spielen und dem Controller. Und so funktioniert auch noch zum Glück. Ich schreibe das mal kurz wieder ein, ohne dass alles zusammenbricht. Okay, der Karton ist jetzt auch fast kaputt. Zack, geht da rein. Geh rein. Mit Gewalt geht fast alles. Aber nicht dieser Karton da rein. Oh, scheiße Schmerzen. So, jetzt geht es besser. Dann noch die Maus dazu. Die Kabel wieder rein. Ja, schön aufräumen kann ich es gleich nochmal. Übrigens, das muss ich auch dazu sagen, ich habe jetzt nicht extra für euch aufgeräumt. Das ist eigentlich immer so schön hier. Nein, aber das war jetzt relativ spontan. Ich hatte gerade Zeit und so. Ich habe mir gedacht, mache ich einfach mal. Hier ist nochmal mein Headset quasi. Kann man das so scharf stellen? Nee, das nimmt nicht. Ich wollte euch eigentlich den Schriftzug zeigen hier. Das ist ein heiser. Da nochmal hier. Wenn ihr es jetzt nochmal hinkriegt vielleicht. Nein, genau die andere Richtung scharf stellen. Ja, das geht doch in Ordnung, oder? Auf jeden Fall PC 320 Game. Game mit einer 4 anstatt einer A. Ganz toll. War ganz okay. Für 60 Euro funktioniert es auf jeden Fall. Dann die Maus hier. Kann man halt in verschiedenen Farben irgendwie. Ich sehe jetzt gerade den Knopf nicht da. Leuchten lassen, aber da eigentlich mein ganzes Setup in blau leuchtet. Da leuchtet blau. Da leuchtet blau. Da leuchtet blau. Also leuchtet halt alles blau. Passt das halt auf den blau ganz gut. Und hier hinten auch ganz geil. Ich hoffe, man kann das jetzt scharf stellen. Nein, nicht das. Das, genau. Das ist nämlich mein Mini-Verstärker. Den brauchte ich, um meine Boxen überhaupt an den PC anschließen zu können. Kann ich nochmal anmachen hier. Wenn du das suchen. Deswegen lasse ich das mal besser. Auf jeden Fall kann ich über den dann die Musik über die Boxen laufen lassen. Da ich eigentlich ja sowieso alles über mein Headset höre an sich. Auch YouTube oder so. Aber falls ich mal Musik oder so höre, dann läuft das halt über die Boxen, über diesen Verstärker. Und die Boxen, muss ich schon sagen, die sind schon echt nett. Die gehen mir schon so, ja, bis zur Hüfte. Ja, durchaus. Kann man schon sagen. Bildschirmschoner und so, kennt ihr ja. Jo. Was gibt's noch zu sagen? Hinten dran, da unten irgendwo. Hier. Das, was da oben blau leuchtet, das passt auch schön zum Setup. Seht man wahrscheinlich nicht. Das ist auch jedenfalls mal eine externen Festplatte. 500 GB. Und ansonsten, kabeltechnisch, was da unten noch rumfliegt. Ich fülle mal so lange mal hier den Schreibtisch. Was da unten noch so kabeltechnisch rumfliegt. Ich hab da unten noch einen USB-Port. Obwohl ich eigentlich genug USB-Gesteckplätze hab. Dann hab ich noch einen Adapter für mein Mikrofon, beziehungsweise für mein Headset. Das die Soundqualität insofern verbessert, dass es das Ganze in einen USB-Anschluss umwandelt. Und somit über eine andere Soundkarte quasi läuft. Und nicht mehr über die Soundkarte vom PC. Obwohl die eigentlich schon relativ gut ist. Allerdings, ohne diesen Adapter würde das immer noch beschissener sein. Aber ich vermute auch, dass durch diesen Adapter auch dieses Piepen in meinen Videos kommt. Aber da muss man sich jetzt überlegen, ob man lieber so ein nerviges Piepen im Hintergrund hat. Oder eine scheiß Stimme im Vordergrund. Ach, die haben wir ja sowieso. Ist ja eigentlich egal. Von daher hab ich das einfach mal so gemacht. Das geht klar, denk ich mal. Dann natürlich eine Mehrfachsteckdosen-Leiste im Teil. Und einfach ganz viele Kabel. Von ich noch nicht mal weiß, ob ich sie alle brauche. Aber ist jetzt einfach so. Sonst gibt's eigentlich nicht viel zu sagen, oder? Da drüben ist nochmal so Garderobe und so. Keine Ahnung. Jacken. Tür halt. Da haben wir so ein Fell auf dem Boden. Rucksack. Da nochmal so ein Kabel noch. LAN-Kabel muss ich noch zurückbringen. Hab ich mir ausgeliehen. Das ist so eine Art Nachttisch. Und ja, ich würde mal sagen, das war's jetzt von meinem 50-Abonnenten-Special. Quasi auch 60-Abonnenten-Special. Ich hoffe, es hat euch nicht allzu sehr enttäuscht, da ich ja vorher auf Facebook zumindest so angekündigt hatte, es wäre schon eine Arbeit und alles. Es liegt einfach auch ganz einfach daran, dass die Wand, die ihr jetzt hier hinten seht, die wurde komplett renoviert und so. Das Bett wurde dann renoviert, weil es kaputt war. Das ist halt das alte Zimmer von meiner Schwester und so. Man musste einiges noch repariert, renoviert werden und ähnliches. Deswegen hat sich das Ganze ein bisschen länger hingezogen. Und als es dann fertig war, da hab ich mir gedacht, jetzt wartest du noch, bis dein Setup fertig ist hier. Weil eigentlich hab ich jetzt erstmal alles, was ich so brauche. Quasi. Bildschirm hätte ich eigentlich mir auch am liebsten gespart, aber, hm. Fick die Wand an, Bildschirmhelligkeit. Ähm. Ja. Dann hab ich jetzt mein Setup fertig vor einer Woche. Nee. Vier Tagen gekriegt. Sonst hab ich gedacht, machst du mal das Video. Passt ja auch jetzt, wo du fast 60 Abonnenten hast. Und das war's jetzt auch. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Würde mich natürlich über Bewertung irgendwie freuen. Hab ich ja neulich schon in der Hunger Games runtergesagt. Wenn ihr die schon gesehen habt. Sonst natürlich gerne angucken. Hat leider ein bisschen scheiß Soundqualität, aber egal. Elfte Folge von Hunger Games. Und ich würde mal sagen, haut da rein, bis zum nächsten Mal und Tschööö